Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Feiern zum Tag der Deutschen Einheit haben begonnen. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden werden bis zum Montag, dem eigentlichen Feiertag, hunderttausende Besucher erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, nachdem Unbekannte am vergangenen Montag zwei Sprengstoffanschläge in Dresden verübt hatten. Bundeskriminalamt will Smartphones und Tablets von Verdächtigen überwachen. Das geht aus Haushaltsunterlagen des Bundestages hervor, die Süddeutsche, Zeitung, NDR und WDR einsehen konnten. Der sogenannte Bundestrojaner solle es ermöglichen, nach PCs und Laptops Eingaben auch auf mobilen Geräten zu verfolgen. Bundesregierung schafft laut Funke Mediengruppe 34.000 Jobs in Krisenregionen um Syrien. Bis Jahresende sollen es 50.000 Arbeitsplätze in der Türkei, im Libanon, Irak und in Jordanien sein. Das Entwicklungsministerium bezahlt Gehälter für Flüchtlinge und Einheimische, die Unterkünfte bauen oder Straßen reparieren. Ziel ist es, Fluchtursachen zu bekämpfen. Papst setzt Besuch in Georgien fort. Bei einer Messe am Morgen in Tiflis weht Franziskus die Menschen zur Offenheit und zum Dialog auf. Statt der erwarteten 27.000 kamen nur etwa 3.000 Besucher. Eine Delegation der im Land dominierenden orthodoxen Kirche hatte ihre Teilnahme abgesagt. Vulkanausbruch in Mexiko. Der Colima spuckte Lava und Asche aus. Mehrere Dörfer am Fuße des Berges wurden evakuiert. Der Colima gilt als einer der aktivsten und gefährlichsten Vulkane der Welt. Zuletzt war er 2005 ausgebrochen. Das Wetter morgen im Südosten und Süden regnerisch, im Nordwesten bei Sonne und teilweise dichten Wolken, Schauer und Gewitter. Dazwischen recht freundlich und oft trocken. 10 bis 19 Grad. 13 14 Untertitelung des ZDF, 2020